Heute stellen wir euch mal ein ganz neues Format vor und zwar bekommen wir ja regelmäßig E-Mails, aber auch Kommentare bzw. Inbox-Nachrichten auf Facebook, wo wir regelmäßig nach Ratschlägen gefragt werden. Diese Ratschläge reichen von diversesten Themen zum Thema zum Beispiel Kreditrückzahlung bis zu welche ETFs kaufen bzw. wie man sich sein eigenes ETF-Portfolio aufbaut. In diesem Video werden wir uns mal einen konkreten Fall anschauen, den wir per Mail erhalten haben und mal Schritt für Schritt durchgehen, was wir denn dieser Person für ihr Finanzmanagement empfehlen würden. Viel Spaß beim Video! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute testen wir mal ein neues Format in unserer Videoserie Frag Finanzfluss an. Wie im Intro bereits erwähnt, bekommen wir regelmäßig verschiedenste Mail- bzw. Inbox-Nachrichten auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen, die wir leider nicht alle beantworten können, weil uns dazu halt einfach die Zeit fehlt. Wie wir ja bereits mehrfach erwähnt haben, betreiben wir Finanzfluss einfach nur neben unserem Hauptberuf. Um euch trotzdem die Möglichkeit zu geben, mal einzelne konkrete Fälle anzuschauen, da wir in unseren Videos ja sehr häufig die Theorie ansprechen und auch nützliche Tipps geben, aber nicht auf die einzelnen Situationen von Privatpersonen bzw. Leuten aus unserer Community eingehen, werden wir jetzt vermehrt in den Frag Finanzfluss-Videos einzelne Mails bzw. Nachrichten von euch heraussuchen, und die dann anonymisiert, also die Namen werden wir dann natürlich abändern, in einzelnen Frag Finanzfluss-Videos vorstellen und dann mal versuchen, Schritt für Schritt durchzugehen, wie man denn in diesem Fall ja seine Finanzen verbessern kann. Schauen wir uns jetzt direkt einmal eine E-Mail an, die wir von Daniel erhalten haben und die wir herausgesucht haben, weil sie verschiedenste Facetten und verschiedenste Problematiken miteinander verbindet. Hi Thomas, danke für eure hilfreichen Videos. Ich bin momentan dabei, mich finanziell weiterzubilden, da ich vor kurzem einen Betrag von 15.000 Euro geerbt habe. Ich habe aber leider auch noch einen Studienkredit von meiner Privatuni, da habe ich momentan noch 3.500 Euro ausstehende Schulden. Jetzt zu meiner Frage. Soll ich die Schulden jetzt sofort hängen oder doch lieber in ETFs anlegen und die Schulden monatlich von meinem Gehalt abbezahlen? Ich würde wirklich gerne sofort anfangen mit dem Investieren, um den Zinseszinseffekt zu nutzen. Habe mich mit dem Thema Altersvorsorge kaum beschäftigt und hoffe, ihr könnt mir die Fragen eventuell beantworten. Ich arbeite momentan als Grafikdesigner in einer Agentur und verdiene ca. 1.800 Euro netto im Monat. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Daniel, den Namen haben wir abgeändert. Gut, wir haben uns den Fall von Daniel mal etwas genauer angeschaut und zwar versucht, in seine Situation zu versetzen, wie wir uns in diesem Fall denn verhalten würden. Zunächst einmal ist es natürlich sehr lobenswert, dass Daniel sich mit dem Thema Finanzbildung bereits beschäftigt hat. Das bedeutet, er hat sich schon unsere Videos angeschaut und wie man das vielleicht aus der Mail etwas herauslesen kann, sicherlich auch weitere Informationsquellen. Jetzt steht er natürlich vor dem Dilemma, dass er sich, ja in Anführungszeichen mal heiß gelaufen hat und Lust hat, in ETFs anzulegen und auch direkt sein erstes passives Portfolio aufzubauen. Auf der anderen Seite hat er dann aber auch Schulden. Schauen wir uns jetzt einmal Schritt für Schritt an, welche Möglichkeiten Daniel denn zur Verfügung stehen, wie er denn am smartesten oder am intelligentesten vorgehen würde. Zunächst einmal ist es eigentlich außer Frage, dass er die 3.500 Euro, die ausstehen, direkt tilgen sollte von den 15.000 Euro Erbschaft, die ihm zur Verfügung stehen. Das liegt zunächst einmal daran, dass die Zinsen, die er ja für diesen Kredit bezahlt, quasi eine sichere Rendite sind, wenn diese denn nicht mehr gezahlt werden müssen. Das heißt, bei einer Geldanlage verdienen wir ja regelmäßig Zinsen und bei einem Kredit sind wir verpflichtet, Zinsen zu bezahlen. Das bedeutet, wenn wir unseren Kredit zurückbezahlen, sind quasi die Zinsen, die wir nicht bezahlen, unsere Rendite und diese Rendite ist ja zu 100% sicher. Diese Rückzahlung ist vielleicht jetzt nicht direkt möglich, das kommt ganz darauf an, wie er denn sein Studium finanziert hat. Wenn es jetzt zum Beispiel bei einem Studienkredit von zum Beispiel der staatlichen KfW-Bank ist, kann er das nur einmal im Quartal tun. Bei anderen Krediten ist es so, dass du gar keine Sondertilgung machen kannst. Und dann verpflichtet bist, in monatlichen Raten zurückzubezahlen. Wenn er aber die Möglichkeit hat, diesen Kredit auf einmal wegzustreichen und 3.500 Euro zu zahlen, ist das auf jeden Fall der erste Schritt zu tun. Wir haben ebenfalls ein Video zum Thema Schuldentilgen produziert. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. oben in der Infokarte. Jetzt ist Daniel zunächst einmal schuldenfrei. Im nächsten Schritt sollte er sich dann überlegen, eine finanzielle Rücklage aufzubauen. Das bedeutet, drei bis vier Netto-Monatsgelder auf die Seite zu legen, einfach für schlechtere Zeiten, falls mal irgendwas dazwischen kommt, wie zum Beispiel eine größere Steuerrückzahlung, die Waschmaschine geht kaputt, das klassische Beispiel oder irgendwas am Auto passiert. Es ist immer gut, ein bisschen Geld auf der Seite liegen zu haben, einfach nur um zu verhindern, dass man im Notfall in seinen Dispo-Kredit reinhauen muss bzw. einen Ratenkredit abschließen muss. In Daniels Fall würden wir jetzt mal sagen, dass es sinnvoll ist, zum Beispiel 7.000 Euro, was fast vier Monatsgeldern entspricht, auf die Seite, also auf ein Tagesgeldkonto zu parken. Jetzt ist Daniel schuldenfrei und hat auch die größten Risiken eines Liquiditätsproblems auf die Seite geräumt, indem er sich einfach mal rund 7.000 Euro auf die Seite gestellt hat. Wenn wir das Ganze jetzt von den 15.000 Euro abziehen, dann bleiben ihm 4.500, also rund 5.000 Euro noch übrig. Diese 5.000 Euro sind jetzt natürlich ein perfekter Start, um in den dritten Schritt überzugehen, nämlich sich ein kleines, passives ETF-Portfolio aufzubauen. Da es in Anführungszeichen jetzt mal nur 5.000 Euro sind, würde ich hier keine besonders komplexe Variante, wie zum Beispiel ein Komma-Welt-Portfolio wählen, sondern eine ganz einfache Aufteilung in 70% ETF in den MSCI World und 30% in einen ETF auf den Emerging Markets. Da Daniel ja gerade dabei ist, seinen Studienkredit zurückzubezahlen, können wir davon ausgehen, dass er noch etwas jünger ist, sagen wir mal so um die 25. Das bedeutet, er hat einen relativ langen Anlagehorizont. Aus diesem Grund, wenn er denn die Risikoaffinität hat, könnte er sich dazu entscheiden, diese 5.000 Euro zu 100% in ein 70-30-Portfolio zu investieren. Wenn ihm das Ganze natürlich zu schwankungsintensiv ist, dann muss er natürlich einen Teil auf eine risikoarme beziehungsweise risikolose Geldanlage stellen, so wie wir das ja auch in unserem Passiv-Investierungskurs gezeigt haben und den anderen Teil in den risikobehafteten Teil mit diesen beiden ETFs. Mehr Informationen darüber, wie man sich dann ein solches Portfolio aufbaut, findet ihr hier oben beziehungsweise auch in ganzen Playlists unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt haben wir in der Theorie die 15.000 Euro von Daniel bereits verbraten. Jetzt kann man sich natürlich noch die Frage stellen, wie geht es weiter? Jetzt kann er sich natürlich überlegen, wie sehen denn seine Fixkosten aus, wie sehen seine variablen Kosten aus und hat er denn noch Geld zur Verfügung, um monatlich zu sparen? Eine Frage, die man sich im vierten Schritt jetzt einfach stellen könnte, wäre jetzt die der Versicherung. Davon können wir aus der Mail jetzt nichts herauslesen, ob Daniel die entsprechenden Versicherungen denn hat. Gehen wir davon aus, er ist ein Berufsanfänger, dann wäre auf jeden Fall mal sinnvoll, dass er eine Haftpflichtversicherung hat und eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ihm langfristig garantieren, dass er auch sein Arbeitseinkommen absichern kann. Wenn das getan ist, können wir zum fünften Schritt übergehen und dann tatsächlich das ETF-Portfolio weiter ausbauen und uns überlegen, wie viel wir denn monatlich sparen können, um diese 5000 Euro Anfangsinvestitionen jetzt einmal wachsen zu lassen. Er sollte außerdem prüfen, welche anderen Optionen ihm zur Verfügung stehen. Zum Beispiel kann er in seiner Agentur, in der er als Grafiker arbeitet, einmal überlegen, ob er dort vielleicht vermögenswirksame Leistungen bekommt und diese dann sinnvoll zum Beispiel in einen Investmentfonds-Sparplan beziehungsweise in ETFs anlegen. Wenn ihm dann am Monatsende noch etwas übrig bleibt, kann er dann, wie bereits erwähnt, in sein ETF-Portfolio weiter sparen und dort entsprechende Sparpläne abschließen. Am besten auch die beiden ETFs besparen, in die er bereits mit den 5000 Euro investiert hat. Das war es auch schon für diesen konkreten Fall, den wir jetzt einfach mal Daniel benannt haben. Wie hat euch dieses Format gefallen? Möchtet ihr, dass wir euch weitere solche konkreten Lebenssituationen anschauen und einfach mal Schritt für Schritt durchgehen, was es denn da so zu beachten gibt? Ansonsten freue ich mich, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch und schreibt uns eure Fragen gerne unten in die Kommentare. Wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.